Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal die erste Folge von Among Us und zwar natürlich nicht alleine, nämlich zusammen mit dem Pat, Lauri, Hobbles, Dustin, Erfa und dem Tim und ja, wir haben ein paar coole Runden auf jeden Fall gehabt, ich habe jetzt auch vor ein bisschen öfter Among Us zu bringen, also Leute, falls ihr das feiert, gerne Like da lassen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos davon und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt machen, also gerne auch weitere Tipps und so weiter für das Spiel unten in die Kommentare schreiben. Ich habe es zwar ein bisschen gezockt, aber doch nicht so oft und ja, wenn ihr wissen wollt, auch wer zum Beispiel redet, müsst ihr oben links in die Ecke schauen, da sind die Namen ganz klein, ein bisschen eingeblendet, also da kann man dann immer so die Übersicht behalten, ich hoffe es gefällt euch Leute und jetzt würde ich sagen, let's go! Neues Game und diesmal haben wir einen Impostor am Start und ich bin's wie immer nicht, aber diesmal, okay, es ist um einiges schwieriger wieder für den Impostor, also zu zweit bei 8 Leuten ist echt schon sehr easy eigentlich, Erfa ist hier, Pat, gut, hier kann ich zum Glück noch nicht sterben, erwartet, was macht Pat da? Ja, stottert da so ein bisschen rum, wer kommt da zu mir, Erfa, er ist mir richtig auffällig hinterhergelaufen auf einmal, ich weiß nicht, was da los war, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass er es ist, Electrical, da würde ich ungern hochlaufen, bitte nicht, da würde ich bestimmt, hier ist eine Leiche, ich habe eine Leiche in Electrical gesehen, Hobbles ist gestorben, und ich habe keinen einzigen gesehen, aber was ich kurz sagen kann, ich habe eine Mission gemacht, Erfa ist zu meiner Mission gelaufen, und als ich weg bin, ist er ganz kurz nochmal, statt die Mission zu machen, Richtig, lasst auf ihn mal voten, ich würde First Try auf ihn voten. Ja, ja, ich wollte, nein, ich wollte Detektiv spielen, Sina hat, ich kann nur sagen, Das ist doch, das ist schon so eine, komm, Erfa, komm, komm, komm. Kann das nicht sein, ich kann es nicht sein, lass mich doch erklären. Hätte mich auch gekillt, wäre Sina nicht da gewesen, hundertprozentig. Auch wenn ich jetzt tot bin, auch wenn ich jetzt tot bin, merkt euch etwas, Tim und Sina können es für den Kill nicht gewesen sein, oder, es gibt ja nur einen Kill, es gibt ja zwei. Irgendwer kann es nicht gewesen sein, Tim und Sina. Wie keiner geskippt hat. Mann, er muss es sein. Tim und Sina sind es nicht. Das gibt es nicht. Er war es einfach nicht, was? Tim und Sina sind es nicht, hat er gesagt. Oh mein Gott, okay, das war jetzt, warum hat er sich da so auffällig verhalten, das war jetzt leider ein Miss Call. Oh oh. Emergency Meeting. Ja. Wenn es Tim und Sina nicht sind. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. So, dann, dann, wer, wer soll es denn sonst sein? Ja, Lauri, Dustin oder Pat, weil ich bin es nicht. Hey, aber warte mal, Pat, warum bist du gerade nicht zum Reaktor gelaufen, obwohl ja der... Ich habe da den Knopf gedrückt. Oder Lauri sein. Ja. Weil Pat, ich hätte dich gerade killen können, wenn ich es gewesen wäre. Ja. Also wie gesagt, ich und Phil haben gerade den Reaktor gefixt. Ich habe sonst niemanden gesehen da, außer Phil. Ich muss skippen, ich kann nichts sagen. Ich würde noch mal skippen. Ich glaube schon, dass es Phil ist, wenn der mich sagt. Nee, wirklich nicht. Zu 100.000%. Ich weiß doch nicht, warum Afer meint den Sina und Tim nicht. Aber du bist immer der Erste, der irgendwen richtig hart hier beschuldigt. Oh, Tim, ich bin es nicht. Ich schicke dir einen Snap. Spaß. Schick dir einen Snap. Ihr habt mich gevotet. Was soll denn das? Natürlich. Ihr werdet einer nach dem anderen rausfliegen. Ich hoffe, der Imposter gewinnt. Leute, es gibt es nicht. Wer kann es jetzt sein? Das ist Pat vielleicht. Pat kann es halt echt gut sein jetzt. Und die anderen darf man... Oh, nochmal im Emergency Meeting. Ich habe dieses Meeting einberufen, weil ich kurz mal was zu sagen habe. Ja. Abgelegt. Warum bist du weggelaufen, Pat, gerade von dem Oxygen? Hä, wo? Sagen Sie es einfach. Ich bin einfach weggelaufen, ne? Ja. Junge. Aber es hat nichts damit zu tun. Warum soll ich hier im Sposter sein, hä? Oder Lauri, Tim. Sina kann es komplett auch noch sein. Oh, 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 oh. Wird das etwa ein Kill? Er verfolgt ihn. Er verfolgt ihn sowas von. Ich glaube, das wird auch ein Kill. Jetzt müsst ihr ihn einskillen und self-reporten. Da hat Buddy ein weiterer ist gestorben. Ich war die Sina die ganze Zeit. Also Pat kann es hundertprozentig nicht gewesen sein. Ich war die ganze Zeit bei, äh, Lauch, deswegen Dustin oder, äh, Sina. Kann nicht sein. Warum? Ich kam von, ich kam von Shields. Was sagst du, Lauri? Es muss Dustin sein. Ich kam von unten Stowage euch entgegen, weil ich durch Shields gelaufen bin. Also wenn du es jetzt nicht bist, Dustin, dann ist es Sina hundertprozentig. Dustin ist gewendet safe und kam dann eben gerade da von oben hinzu. Ja. Und? Jawohl. Wieso muss das? Und ich bin's wieder nicht in der zweiten Runde. Hobbles, Paddle laufen hier erstmal lang. Oh, die machen da oben eine Mission. Okay, hier unten. Es sind auch ein paar, da kann ich jetzt nicht... Was macht Hobbles da? Läuft da auch wieder random so ein bisschen rum. Pad geht hier auch aus dem Raum raus. Oh, hier ist zu. Aber alles safe, Leute. Mit so vielen Leuten. Hauptsache man läuft eigentlich nicht... Da war eine Leiche. Oh, die Leiche habe ich gerade noch gesehen. Und wir sind alle zusammen rumgelaufen. Wer kam jetzt von der anderen Richtung? Nee, Pad war es glaube ich auch nicht. Hobbles war dabei, Pad, ich. Ja, die kam auch von oben. Nee, nee, ja, stimmt. Ich habe Sina nämlich nicht gesehen bei mir. Er war allein in Navigation drin. Win war Sina? Ich habe keinen gesehen. Ich habe keinen gesehen. Ey, ich dachte, Sina war bei uns statt Tim. Dann tut es mir leid, wenn die nicht bei uns war. Und das sind dich, glaube ich, und Sina. Alle wollen hier lang. Ja, wer geht jetzt den anderen Weg? Ja, okay. Alle laufen in den Raum. Alle wollen die Mission hier machen. Das ist ja schon auffällig. Das ist echt schwierig, wer das jetzt sein könnte. Oh, da ist Hobbles. Nein, da ist es sowas von... Ich glaube mal... Ich glaube, ich glaube es... Hobbles kann es sein. Das ist jetzt auch wieder so auffällig zu mir. Warum macht er sowas? Wir machen ruhig die Mission weiter. Dann kann der Imposter gleich schauen. Das haben wir doch, Leute. Task complete. Dustin wartet da. Was hat der da vor? Hobbles, der läuft mir schon wieder hinterher. Hobbles ist mir so auffällig hinterhergerannt. Die ganze Zeit. Auch schon bei Electric. Aber ich will nicht sagen. Ergerannt, aber einfach nur, weil ich dich verfolgen wollte. Pat ist tot. Pat ist tot. Pat ist tot, okay. War ich schon an der Fall, wo Pat war oder so? Ich habe ihn, glaube ich, einmal nach... Pat war bei mir in Electric. Er hat sich Hobbles auch umgetrieben. Ich glaube, er vor der Hobbles. Man weiß es doch nicht. Also, ich finde es nicht. Ich wurde auf Hobbles. Ich habe mich auf Justin. Hä? Dann ruft ich auf Phil. Ja, was? So geht es doch nicht. Nein, ich habe mein Auge auf Justin. Ja, ich auf Tim, 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 Tim. Phil und Hobbles wurden sich gegenseitig. Warte mal, warum ist der Hobbles stehen geblieben? Er hat doch gesagt, er hat schon alle Tasks gemacht. Er muss doch gar nicht so tun, als ob er nochmal eine Task irgendwie macht. Ja, gut, aber ich habe jetzt auch schon alle. Wir sind zu dritt hier. Es kann eigentlich nichts passieren, wenn nur einer Imposter ist. Und die Zahl läuft immer höher. Also, jetzt müsste gleich jeder seine Mission gemacht haben. Aber es läuft mir wieder hinterher. Ich will zu dritt bleiben. Ich will sowas von zu dritt bleiben. Oh mein Gott. Dead Buddy. Ich habe Sina wenden sehen. Ich habe Sina wenden sehen. Okay. Alter, man will es sich für die ganze Zeit. Ich dachte immer noch, er ist es. Ja, also... Bis es irgendwann zu auffällig wurde. Warte mal, wer hat das gecallt mit, wer wer ist? Ich habe ihn gesehen bei Security. Sina, warum tust du das? Oder? Erfow. Oder er callt es einfach so. Ja. Aber Valentina hat A4 gegeben. Sie kann halt nur schreiben. Das ist ein Nachteil für sie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwann anders. Ich habe ihn wenden gesehen. Ich glaube, es ist A4. Ganz ehrlich. Ja, komm. Nein, Mann. Halt sie im Posten mal. Wir werden nur bewoten auf Erfow. Das ist schon gespielt. Wir haben alles auch nicht gewohnt. Das kann es danach nur Sina sein. Stell dir vor, er hat echt den richtigen Call gegeben. Das war's für diesen Runden Among Us. Also wie gesagt, gerne Tipps in die Kommentare schreiben, was ich noch so alles besser fühle. Und ja, like da lassen, falls es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.